Okay, eigentlich gucken wir uns ja YouTuber an, die auf Lumenic gehen, um dort Videospiele, Actionfiguren und sonst was zu finden. Und dieses Mal ist ein bisschen anders. Ihr kennt das Couple, wenn ihr hier schon länger Abonnent seid. Ja, die beiden suchen halt nach allem. Und wie man hier sieht, haben sie auch einiges gefunden. Ich finde sowas geil, weil somit lernt man nebenbei beim Schauen neue Nischen kennen. Ja, was lohnt sich, was nicht, was nehmen die so mit. Die haben sich nämlich nicht fokussiert, so wie die meisten. Und ja, es wird richtig geil, falls du auf sowas stehst, falls du dich für das Geldverdienen nebenbei interessierst oder den Flohmarkt selber, dann hast du mir gerne ein kostenloses Abo da. Ja, let's go. Sehr schade, ja. Also man will ja eigentlich immer früh da sein und wenn dann der Betreiber sagt, nee, kommt nochmal später wieder, muss man sich irgendwie die Zeit totschlagen. Aber dazu wollte ich auch nochmal sagen, was ich gerade vergessen habe. Es gibt natürlich solche und solche Tage. Ich denke mal, das hier ist ein sehr krasser Tagwesen. Hier steht es auch Best Garage Sale Day of my Life. 5.000 in Vintage Scores, ja. 5.000 in Vintage Scores. Und wir warten noch immer, um das Ziel zu öffnen. 8.30 Uhr? Ich meine, ich bin sorry, 8 Uhr. Sie hat gesagt, 30 Uhr. Ich bin nicht wundern. Ja, ich weiß. Sie hat mir gesagt, es waren 30 Minuten, als ich erst versucht, zurück zu gehen. Und die sind nicht öffnen. Nein, sie hat gesagt, wir können noch nicht kommen. Sie hat gesagt, sie hat sie weggekommen. Ja. Also da ist es. Ja. Ah, okay. Sie sagt jetzt halt 9, obwohl sie schon eine Stunde gewartet hat. Und sie sagt jetzt, nein, mir wurde gesagt, das ist ja krass, am Anfang schon sowas rauszuholen, ne, dass die Stimmung halt, ja, nicht die Beste ist. Ist nicht förderlich für das Handeln zum Schluss, für den Preis zum Schluss. Fast 4, 10 Minuten und diese rote Frau kommt. Du kannst diesen Mann sagen, dass wir nicht bis 8 Uhr zurückgehen können. Was warten mehr, Leute? Wir warten in line for stuff we want, though. We're waiting in line for stuff we want, though. Okay, krass. Sie sagt gerade, wir warten hier in der Schlange. Und die Dame sagt, ja, ich weiß, ich gehe auch nur gucken. Krass. Unangenehm. Diese Frau ist, nein, sie ist immer aggressiv. Let me, du kennst sie, hast du sie gesehen? Ja, sie ist so aggressiv. Sie ist, ich weiß. Sie ist, sie ist krass. Ich weiß, sie ist krass. Voll am lästern jetzt hier, das macht man aber auch nicht, ja. Sowas macht man nicht, lästern. Und ich weiß genau, was sie macht. Ich weiß genau, was sie macht. Tuschel, tuschel, tschel. Ich weiß nicht, sie ist. Sie ist 86. Ich bin sicher, dass ihr alle sehen könnt, wo das geht. Aber ich werde nicht alle anderen Runden spielen, die sie mit dieser Frau haben gehabt haben. Und ich sage, nichts wird uns stoppen, den besten Yard-Sale-Day haben, den wir jemals haben. Problematisch ist hier, beziehungsweise was heißt problematisch? Es ist etwas schade, die zwei waren schon längst da und wurden dann weggeschickt, ja. Was wäre, wenn die beiden noch mehr Zeit gehabt hätten? Als erstes, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Geld gemacht, ja. Aber so ist es nun mal jetzt. Okay, warte mal gerade, jetzt muss ich erst mal mitkommen. Also sie hat direkt dieses Set mitgenommen, ja. In Amerika sehr beliebt, ja, einfach um sein Haus zu dekorieren oder sowas. Hier nicht so, aber dort sehr beliebt. Ob Halloween, ob sonstige Feiertage, achtet man drauf. Oh, hello there. Hi, how are you? I didn't see you hiding there. I'm trying to stay hidden. Yeah. I don't like this. I don't blame you. I don't care for having them myself either. Okay, jetzt wird's spannend. Also aufpassen, Leute. Selbst ich habe hier wenig Ahnung von solchen Tellern zum Beispiel. Wir lernen heute ein bisschen was. How much for your camera? It's like $3. Okay, that's good. Thank you. You're welcome. Excuse me, dear. Can I just take this on for this Mississippi set? Yeah. Can you keep looking at things? Yes, ma'am, you sure can. I'm going to take both of these here. Okay. Take down. Boah, krass, ey. 15 stehen drauf und er nimmt beide 150 US-Dollar. Hier bei dem ersten und bei dem zweiten 99. Krass. Also Beleuchtung, ne? Guck mal, das meine ich ja gerade. 40 US-Dollar, 45 US-Dollar. Oh, shit. Sehr wichtig, was er jetzt hier macht. Er sagt sich, okay, das reicht nicht, die Sachen dort stehen zu lassen. Wir brauchen einen Pile. Wir brauchen eine Ecke, wo unsere Sachen stehen. Dazu wird er diese wahrscheinlich auch gleichstellen, ja? Damit es sicher ist, dass die weg sind, sozusagen. Weil sonst gibt es Ärger, wenn da jemand anderes kommt und sagt, nee, ich will die aber auch haben. Und so. You guys get this too? Yes, sir. Pretty good check. Oh, 50. Ach, 1,50. Ich dachte, 15. Wow. 20, ja, das sind so Cashflow-Artikel, genauso wie die VHS hier. Die ging nicht viel. Er dachte wahrscheinlich mehr, aber, ja, macht man dann, ne? Wenn man sowieso schon einen Pile hat, warum nicht? Und zum Schluss, Leute, bundeln und handeln. Ihr wisst, wie es läuft. Das ist cool. Das ist cool. Ja, man achtet halt eben nur so auf seine Nische und da geht einem viel durch die Lappen, muss man sagen, ne? Das ist gut. 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 Gute Ahnung. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber die nächsten zwei Sales sind noch besser. Bin gespannt. Ja, gut, aber das muss ja auch ins Auto passen, ne? Das wird jetzt nur eine schwierige Angelegenheit. Die Bikes, ich glaube, da standen 10 Dollar dran, könnte man theoretisch auch machen, ne? Die hätte ich, glaube ich, mitgenommen, ja. Hier, du musst nicht double checken, denn ich gebe dir 40 Anni-Bikes, denn das ist ein süßes. Das ist ein großartiges. Alles klar. Willst du eine Bag für diese? Ich kann dir eine Bag. Ja, sicher. Wir nehmen eine. Vielen Dank. Alles klar, Leute. Wir haben die Blau-Malzen gespielt. Schau mal an. Wir haben das. Wir haben angefangen am Morgen aus. Und es hat gerade um 8.01 Uhr geklappt. Also, dankbar hat die Frau uns früh zurückgezogen. Aber dann... Also, 40 haben die jetzt für alles bezahlt. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Other rude ladies saw all of us waiting in line. And we told her, like everybody that was there said that you can't go back there till 8.00. I don't know if I'm gonna put this in or not. We pick over 2k from this sale and even more from the next one. 2.000? Okay. Krass. Oh. Sealed. Ja, schön. Somebody's power. Ja. Your power. As soon as I saw what was in and I was like, this looks like somebody's. Das war schon von jemand anderem. Das ist natürlich auch ärgerlich. Sealed VS. Kann man auch graden lassen. Schon ein bisschen spannender. Krass. Sieht spannend aus. 25 USD. Ich hätte ein bisschen mehr geschätzt, weil es auch irgendwie alt aussieht. Auf die VHS-Dinger wäre ich auch nochmal gegangen hier, glaube ich. Ich glaube, sie hat mehr Ahnung als er tatsächlich. Ähm. You have to ask Miss Sue. Okay. Now where is it? I think there's little games in there. I would say yes. Okay. I need to ask. Oh, oh. Nicht so, dass? Ja, gut. Wir warten ab bis zum Schluss, ja. Alles Cashflow-Artikel. Micro Machines. Das ist alt. Schön. John. The Kitty Blow Mold sold right away, but the other one I'm giving away to one of you guys. All you have to do is comment down below what your favorite item was that I picked in this video and you will automatically be entered to win. Krass, diese Beleuchtung, beziehungsweise diese Festgegenstände sind Wahnsinn, echt krass. Bei uns nicht so, also auch nicht schlecht, aber nicht so wie dort. Wait for a second, just grab that box and let's go somewhere. Or to make a pile. I can't walk. Do you need a box? Yes, I do, please, thank you. Girl, keep beating like this. Here, I think you drop... Yeah, that's fine. And here, take this piece to fill. Yeah, just add everything over there. Okay, great, thank you. Das ist immer sehr wichtig. Die sind hier routiniert, so einen Peil zu machen, sich Sachen wegzulegen. Es kommt bald von mir auf meinem Hauptkanal, ein Flohmarkt Video, da mache ich das auch. Da habe ich ganz viele Videospiele gekauft. Ich habe knappe, ich habe über 1500 Euro ausgegeben für die ganze Sammlung, für die ganzen Sachen, die ich dort gepeilt habe. Und ja, es ist halt sehr wichtig, wenn viele Leute gucken. Nicht, dass die deine Sachen dann wegschnappen, so nach dem Motto. Aber es halt sehr geil war, viele Leute waren dabei, die mich halt verfolgen, bei Instagram, bei YouTube oder sonst was. Ja, so lieben Gruß an euch. Die mich so ein bisschen supportet haben, gebackt haben. Wenn Leute dann meine Sachen angeschaut haben, haben die gesagt, nee, das gehört ihm und so. Also das war auf jeden Fall super dope, muss ich sagen. Schade, altes Lego. Oh, er hat gerade gesagt, hier, nächster Flohmarkt sind viele Boxen sealed und so. Bin gespannt. Meint der Lego? Was ich jetzt machen würde, ist Sunny zum anderen Flohmarkt gegenüber. Ja, da war der nämlich, schicken und nachzuschauen. Weil ja, wer weiß, wie lange diese Sachen dann noch da sind. Dementsprechend teilt man sich da lieber auf. Das war perfekt genug, dass alles hier passiert. Das ist mein Paar da, lieber. Das ist mein Paar da. 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 Alles Halloween-Stuff. Ob man sowas jetzt mitnimmt? Keine Ahnung. Oh ja, das ist mein Paar da. Kinsley's going to have us crazy with these, though. Krass, man, so eine Trompete. Krass, man, so eine Trompete. Ja, es ist. Hat es noch nichts in es? Das Halloween-Stuff ist auch für Verhältnis, oder? Ja, es ist. Okay. 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 Ja, uninteressant für mich, muss ich sagen. Ja, aber klar, kann gutes Geld bringen. Ich bin gespannt, was die später da rausholen. Und ein Spinn. Geil. Diese Spinnen kenne ich auch. Leute, ich muss ein bisschen schneller machen, ein bisschen vorgehen, weil wir gucken uns gleich eine Immobilie an. Dementsprechend habe ich nicht ganz so viel Zeit, aber wir schaffen das, ja? Das ist gut, mein Kind of Junk. Das Ding ist immer wieder, wenn ich mitbekomme, dass weibliche Menschen auf den Flohmarkt gehen in Amerika, interessieren die sich meist für solche, ja, Dekorationen, ne? Einiges. Oh ja, auch schön. Schiener Vintage-Pullover. Clothes for sale? Hä? The clothes for sale? Uh, Miss Sue. Miss Sue, is the clothes for sale? The clothes? Absolutely. Alright. Geiler Pulli. Oh ja. Nesca-T-Shirt. Ach, in the school shirt. It's Final Four, neat. My mother-in-law was an avid UK-Fan, lived in Loyola. Oh ja. And she had all this stuff. Oh, sah aus wie ein Nesca-T-Shirt, ist aber glaube ich was anderes. Was ist das hier? When she passed away, my brother-in-law brought it to me, because he was not an avid UK-Fan. Oh. Oh, careful. Oh, two, three. Yeah. That was their sticker collection. Wow. That's cool. You've ever seen so much junk in your life? Oh, ho. Hey, I will. I promise you, I promise you. I promise you, the car is a whole lot of stuff. I promise you, the car is a whole lot of stuff. I will take them all with? Very sure. Take the hangers too. Ah, all with. Oh, I might keep the hook. Oh, that's cool. That's nice. Das ist ein altes Kuchen. Ich habe es mit dir. Du hast es nicht mehr gesehen, was es ist. Du wirst nicht auf die GoPro. Du wirst. Du wirst nicht. Du wirst nicht auf die GoPro. Es ist auf die Kanal, right? Oh, gosh. Ich werde es auf die Woche gehen. Ich werde es nicht auf die Woche gehen. Ich will da alle mitnehmen. Erstmal an den Preis fragen, was kostet eins und dann würde ich mir die snacken. Also ganz ehrlich, mehr als 10 Dollar kriegst du für jedes. Das ist 80-18. Das ist 80-18. Oh, das ist yours? Kann ich sagen, dass du das? Nein, danke, aber ich freue mich sehr. Keine Frage. Keine Frage. Wo ist dein Peil, Frau? Über da, Babygirl. Okay, ich mache sicher, dass ich es anfangen muss. Ja, dein Vater. Was ist dein Name? Kayla? Kayla. Ich habe gesagt, es ist der Homeschool-Tater. Sie hat aber, also das muss man auch sagen, ich habe das jetzt so ein bisschen beobachtet, die beiden, also sie mehr als er, sind halt auch eine Frohnatur. Also sie quatscht und sagt und hat jetzt gerade gesagt, ey, Girlfriend, ist das dein Peil oder wo steht der nicht, dass ich in deinem rumwühle? Also die haben immer einen guten Vibe. Das ist ja das, was ich immer wieder vermittle, dass man eben eine gute Basis schafft, dass man freundlich ist, dass man Witze macht, dass man irgendwie so ein bisschen dafür sorgt, dass sich alles gut entwickelt. Also nicht nur bei so einem Flohmarkt, sondern vielleicht auch im Einkaufsladen und so. Damit fährt man auf jeden Fall immer besser. Spirituell gesehen ist das natürlich auch wichtig für einen selbst. Man zieht eben das an, was man auch isst und sie ist hier die ganze Zeit positiv. Das heißt, es zieht Positives an. Vielleicht ist das dann auch das Glück aus dem Universum, wie auch immer, wie man das sehen will oder ihr wisst schon, was ich meine. Also die haben heute einen guten Tag gehabt. Liegt auch ein bisschen daran, dass sie eben auch positiv eingestellt sind. Denke ich jedenfalls. Er braucht viel zu lange an den T-Shirts. Man, er weiß doch, dass er sowieso fast jedes mitnimmt. Dann würde ich die wegpacken und weiter gucken. Spitzende, schrittende, schrittende. Schnell, was? Blum-Molden. Wir wollen eine ganze Nativität. Sind Sie fertig? Ja, wir haben. Wenn nicht, kannst du es wieder runtergehen. Wenn nicht, kannst du wieder drücken. Was ist hier? Oh mein Gott. Das geht auf meinen Schiff. Ich liebe dich. Scott 79. Ich habe gesehen, einige Pile zu gehen! Ich habe einen großen Pile. Merkt ihr das? Merkt ihr das, wie sie drauf ist? M&M da unten, Werbung, die Klammer. Hier die Bilder auch, wieder gute Sachen, Schlümpfe. Sorry, I have to ask you on that one. Yes, yes. Gail. Yes. What is that? Smurfs. Smurfs what though? Sheets there. Oh cool. Add it to the power. That's cool. Let's go back in the back. Neat, you prank it. Neat. Tell me. Gail. Fisher-Price, den kenne ich. Den habe ich auch das öfteren Mal gesehen. Das ist ein Kassettenspieler. Danke her. I'm grabbing some of these Berenstein Bears books for my kiddo, but one of the best finds of the day is hidden in this box. Das ist feins. Ich sag gerade, sie guckt auch nach Büchern, aber der beste Fund des Tages ist hier drin. Immer wühlen, ne? 1987 Unstuck Stickers. Pound Puppies, Ice Cream, Candy. Es ist immer wichtig, halt in solchen Kartons auch rumzuwühlen, zu schauen, ja, ist vielleicht unter der Oberfläche noch irgendwas. Ah krass, es ging um die Sticker. 6, 35, 60, 35, 30, wow. Just started listing them last night and two have already sold, including this single sheet of Scratch and Sniff stickers that sold for $50. Krass! Oh, okay. Ich bin ein Lektor Knopf voll, und dann habe ich einen Doppel. Kann ich noch mal das Künstlerkopf? Ich bin ein Künstlerkopf. Oh, mein Gott. Das ist ein Künstlerkopf. Das war's für den Künstlerkopf. Das war's für die Künstlerkopf. Das war's für die Künstlerkopf. Das war's für die Künstlerkopf. Und die Künstlerkopf. Das war's für die Kistlerkillerkopf. Das war'll mal wie du willst. Das ist das für die Künstlerkopf. Das ist das für die Künstlerkopf. Was ist das für die Künstlerkopf? Was ist das für die Künstlerkopf? Ihr könnt euch da eine Chance haben. Ja, ich habe es. Ja, cool, also was sie jetzt hier gemacht haben, die hatten halt diesen kleinen Topf, habt ihr gesehen, und da waren kleine Spielzeuge drin, und dann meinte er, wollen wir es ausprobieren, und dann hat sie gesagt, ja, add it, also, die wollen sich das dann auch zu Hause mal anschauen und so, also, das ist halt auch ein geiles Feeling, wenn man dann irgendwie ein Konvolut kauft und dann zu Hause rumsortiert, ne? 1963, ach krass, was kenne ich auch, würde ich auch mitnehmen, Ich hätte mehr gedacht, also 15 Dollar, hmmm Hey, did y'all have a truck? No, we actually do Wahnsinn, ha? Weites Spektrum haben die beiden, find ich gut Neato Tell more What is that? Oh, UFO, soaring to the finals Alright Alright, you wanna just start here with these guys? Okay, jetzt wird's zusammengerechnet, also was ich machen würde, ist folgendes, ähm, vor allem diese Kentucky, ähm, Oberteile würde ich einem Sammler übergeben, ich würde sagen, okay, gib mir einen guten Preis und dann nimm alle, ähm, sind coole Sachen dabei, ähm, ist wesentlich weniger Arbeit als alles dann reinzustellen, kriegst du wahrscheinlich einzeln mehr, aber, ich glaube, ich würde alles im Bundle verkaufen Well, I'm not, I'm just gonna give you a price Oh, okay, well, I want, let's make sure you can see everything we got, so we don't, so you don't, um, under, under, do it Yeah Jetzt bin ich gespannt Um, okay Let's see, we're trying to see how many shirts we have, too, because he's got a big old pile I'm gonna set this, I think this box is clean, because, uh, you're good Are you trying to count them all out for us? Let me get over here Okay Okay Well, I just want to make sure you see everything we have, though I see everything Okay, okay Sehr freundlich von ihr Merkt ihr das so, ähm, tsch Too much? No, that sounds fair, because we have a ton of stuff Okay 200? 100? Oh, 100, boah, krass, ey That sounds fair, because we have a ton of stuff Okay It will help, I'll get that wagon And we'll fill up the wagon Okay Go there 100 Dollar, boah Schnapp, schnapp, schnapp Zwei Pullover sind schon 100 You want for the black light? Don't Okay Okay, this might be a problem Two cells in He's got all the stuff in mind Look at the back And we have all that stuff that we just bought to fit up in here I'm glad the floorboards are empty Oh, what marker, is that the marker machine? Oh, I didn't even see that I remember you telling me about it, I don't remember looking at it I was just like, rabbit, I saw those plume holes and about died I don't I just want the record to show that I just loaded all of this stuff up We've almost got everything else Kras, how many, right? Is that the next set? Or is that the same one? I think it's the same one How much was that? How did I say that? You're the one that bought the 100 dollars It's yours I think this was on there too Oh yeah, I was coming back to see if there was anything else She had some more stuff that she just bought out Okay Yeah Ja, she's done Okay What they're doing while they're getting rid of it He looks at it He looks at it If it's anything exciting to be there Because they have so much paid that they're getting paid that they're getting rid of it That's what they have to get when they've already done When they're getting sold We've got something for them Hey, come, that's so cheap here We need something else to find Törteltelefon, auch mega nice, guck mal hier oben. We just started listing them and we already have hundreds of dollars in cards. Yeah, these were... Can we take those to your car? I haven't, I haven't just found those too. I'll keep looking for them. I'll leave those here. So I just found those. Ja, ja, gut. Die haben gerade gesagt, ja, diese Karten haben sie jetzt schon gelistet und haben schon einige 100 Dollar. Gerade die Condition ist wichtig. Die sehen gut aus. New Wave Sports Idea. Aber das Törtels Radio hätte ich auch mitgenommen, beziehungsweise das Telefon. Cool, das ist purple. Und dann Garbage Pelt jetzt. How's that? I don't know if that was for kids, let me know. I don't know if they have the Cougars. I don't know if they have the Cougars. I don't know if it has... Each piece is... The Cougars. Aha. Warte, lass mich hin. Du bist. Danke. Wir müssen nach Hause gehen. Unsere Auto ist voll. Auch mein Seat ist voll. Auch mein Seat ist voll. Speaking of costumes, wie soll ich mir die Kostüme für dich machen? Oh, schau. Okay, warte, jetzt kommt die nächste Seite. Die Spicey-Nerdsland. Du bist gut. Jetzt unsere Auto ist voll, ich mache, was ein rationaler Yard-Selaholic würde tun. Ich entscheide, die Grenzen zu testen. Was war das? Wie viel ist das? Das ist 50 Cent. Okay. Ich werde euch nicht zuhören, zu sehen, uns durch diese Models zu gehen, aber wir haben nur 2,000 Dollar in 20 Minuten gewonnen. Wir beginnen mit diesem AMT Max Semi mit einem LASSO für $35. Ja, du hast die falsche Zelle. Oh, für Gott's sake. Wie geht's? Das sieht gut aus. Das sind die ganzen Boxen hier. Das sind viele. Texaco. LASSO für 165. In meinem Bett. Wie viel wir alle genießen, wie wir alle genießen, wie wir alle genießen. Wir gehen gleich weiter. Diesen Western Star, wir bezahlen uns für 20 Dollar, und es bezahlen uns für 165 Dollar. Wir bezahlen uns für 165 Dollar. Ich bezahlen uns für 20 Dollar, und es bezahlen uns für 250 Dollar. Wahnsinn. Ja, hier hätte ich alles gebundelt. Tatsächlich. Ich hätte alles mitgenommen. Krass, diese Trucks. Mega. Ein bisschen sprachlos. Das ist cool. Mit dem Kugern auf der Seite. Alaskan trekking. Ich bezahle mich, und zurück zu diesem LASSO eine zweite Mal, als ich wusste, ich hatte ein bisschen mehr Platz in der Prius. Und ich habe zwei mehr aus dem gleichen Set, die zuletzt für 250 Dollar. Also habe ich drei Alaskan holen. Wieso hat das denn niemand mitgenommen? Also das ist doch ein No-Brainer hier eigentlich. Ja. Alter, die Großen hätte ich definitiv alle mitgenommen. Wir haben ein Nativity-Set, ein entire Nativity-Set Blomo in unserer ersten Sale. Und so, unser Auto ist voll. Für 5 Dollar. Für das ganze Set. Oh, nicht uns das. Und dann ein Frosty und ein Santa für 1,50 Dollar. Also unsere ganze Auto ist voll. Wow. Das ist groß. Das Nativity-Set. Ich weiß. Wir haben Pfeile gehabt. Ja. Und sie tun gut. Jesus. Ja, ja. Die erzählen gerade, dass sie dieses Set da gekauft haben. Alles funktionierend, mit Licht und so. Ja, viel Spielzeug. Also ich persönlich habe natürlich immer Bock auf so alte Actionfiguren und so. Davon haben wir jetzt heute wenig gesehen, aber das sind natürlich Sales, die sind krass. Und wie gesagt, man lernt ein bisschen was nebenbei. Also darum geht es hier eigentlich eher bei diesem Couple. Oh, ich liebe sie. Das ist das, wo du aus dem Auto gehst und das war's. Und die Sache war, ich habe gerade in dort und sie sagte, sorry, ich werde niemanden nach 8 Uhr schauen. Also ich stand da für 30 Minuten, weil ich nur 5 Dollar sah. Und es war wert. Und ja, es gab eine ganze Gruppe von Leuten. Die ganze Set. Die ganze Set. Die ganze Set. Die ganze Set. Die ersten 5 Dollar. 10 Pieces. Ja, ich bin perfekt. Ich hoffe, ich werde das nächste Video machen. Okay. Dann kommst du mit mir und du kommst mit mir und du kannst mit meinem Video sein. Okay. Okay, also er sagt gerade, ja, hoffentlich sehe ich mich in euren Videos. Wenn du das nächste Mal was aufnimmst, dann bist du bei mir mit bei und so. Bitte. Die Frage ist jetzt, wussten die von Anfang an, dass die Dinger viel wert sind oder haben die nachgeguckt, während sie dort waren? 50? 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 Ich bin sicher, dass ihr den Punkt getroffen habt. Einfach hundert Dollar von Modellen und was schnell einer der besten Yardsell-Daisen geworden ist, die wir jemals hatten. Sie sagt gerade, die ganzen Sachen, die gelistet wurden, gehen ab. Und das war einer der besten Tage, den sie hatten. Er hat gesagt, er will noch eine. Das ist eine gute Frage. Welcher ist, honey? Das ist der weiße. Vielen Dank. Wir haben alle zusammen 270 Dollar auf diesen Modellen gespürt. Und wir haben nur unter 2300 Dollar. Aber wieso nimmt man da nicht alle mit? Also da hätte ich definitiv alle mitgenommen. Aber gut, man sagt das immer so leicht. Bei mir sagen die Leute auch, Maudin, warum hast du das nicht mit mir? Man muss ja auch genügend Geld dann dabei haben und so. Man kann nicht immer mit 2000 Euro rumlaufen, das ist eben so. Aber dementsprechend würde ich das vielleicht reservieren oder sowas. Irgendwie sowas in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Du musst die meisten von mir machen. Und wir müssen... Wir müssen nach Hause gehen. Das ist großartig. Okay, ja das war's. Spannendes Video, muss ich sagen. Nicht immer spannend für jeden. Aber du, ganz ehrlich. Wusstest du, dass dieses Set so gut geht? Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so gut geht. Vielleicht schreibst du es mir in die Kommis. Wir sind es auf jeden Fall in meinem nächsten Video oder auf dem Flohmarkt. Bis dahin, ich bin Dean Tramp. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.